Wir kommen jetzt zu einem Punkt, der immer sehr, sehr spannend ist und der auch von Ihnen als Gast auf dem DEVELOP Forum immer wieder gewünscht wird, nämlich Berichte von DEVELOP Kunden, von denjenigen, die vielleicht in der Digitalisierung schon ein klitzekleines bisschen weiter sind als andere Unternehmen und die Ihnen Impulse und auch Handlungsempfehlungen geben können und direkt aus der Praxis berichten, wie Sie es in Ihrer Branche, in Ihrer Größenordnung, in Ihrem Unternehmen oder in Ihrer Organisation gemacht haben. Und vielleicht kann der ein oder andere ja davon etwas lernen. Ein ganz spannender Punkt und eine spannende Herausforderung ist es, immer auf diesem Weg der Digitalisierung neben der ganzen Technologie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, das zu tun? Die KNAUF Interfair hat sich genau mit dieser Frage beschäftigt und stellt uns jetzt vor, warum es wichtiger sein kann und herausfordernder den Menschen mitzunehmen. Warum also die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems mehr eine menschliche als eine rein technische Herausforderung ist. Warum das so ist und wie KNAUF Interfair das gelöst hat, das erfahren Sie jetzt vom IT-Leiter der KNAUF Interfair SE. Herzlich willkommen auf dem DEVELOP Forum 2020. Markus Schneider. Die Bühne gehört Ihnen. Danke. Ja, ich möchte Sie recht herzlich begrüßen im digitalen Forum und sage herzlich willkommen, wo auch immer Sie gerade sitzen hinter Ihrer Webcam, hinter Ihrem Monitor. Ich möchte ein besonderes Augenmerk heute auf ein ganz anderes Thema, was nicht technisch, sondern menschlich ist, geben und möchte kurz mich vorstellen und das Unternehmen vorstellen, damit man so ein bisschen dahinter sieht, wieso ich dieses Thema gewählt habe, als man mich gefragt hat, ob man, ob ich dazu was sagen kann. Kurz mein Steckbrief. Ich bin seit 2013 bei der KNAUF Interfair SE, verantworte seit 2014 die IT in der KNAUF Interfair Gruppe. Großes Thema zu Beginn meiner Amtszeit war die Zentralisierung der IT. Das heißt also, wir haben es zusammengeführt, die IT, drei unterschiedliche IT-Abteilungen in eine zusammengeführt. Dann haben wir eine Harmonisierung der Lieferanten gemacht. Wir hatten eine Vielzahl von Lieferanten durch die unterschiedlichen IT-Abteilungen. Wir haben eine Vereinheitlichung der Infrastruktur durchgeführt. Wir haben unter anderem dann 2016 das bisher größte Projekt in der Firmengeschichte gestartet. Was immer noch aktuell läuft, ist die Einführung einer S4-HANA ERP-Umgebung. Aber das alles nur am Rande, was wir so gemacht haben, damit Sie wissen, was die KNAUF Interfair in den letzten Jahren so hinter sich hat. Wir sind ein Unternehmen, was aus drei Geschäftsfeldern besteht. Das war auch ursächlich dessen, warum wir die IT zentralisiert haben und die Projekte gemacht haben, weil wir drei unterschiedliche IT-Abteilungen hatten mit drei unterschiedlichen Themen und Schwerpunkten. Und das war eines der Herausforderungen, dies zusammenzuführen. Und natürlich ein ganz wichtiger Punkt war, dass wir uns vom klassischen Stahlhändler zum Automotive-Fertiger gewandelt haben. Das heißt, wie ich tituliere mal die Worte oder zitiere mal die Worte unseres Vorstandsvorsitzenden, wir haben die komplette DNA dieses Unternehmens verändert. Und dazu brauchten wir natürlich auch neue Ideen. Wir haben unter anderem ein Bereich Kaltwalzwerk, nur damit Sie mal kurz sehen, was so Fertigungsbereiche sind. Wir haben ein Stahl-Service-Center, sieben Stück an der Zahl und haben auch Aluminiumwerke. Das sind so unsere Schwerpunkte, diese drei Geschäftsfelder, alle sehr stark im Automotive-Bereich tätig. Aber das soll ja nicht heute unser Thema sein, sondern wir wollen uns ja mit einer Projektschiene 2010 bis 2020 beschäftigen. Zehn Jahre Projektlaufzeit, zehn Jahre ein Thema, und zwar Dokumentenmanagementsystem. Jetzt fragt sich jeder, wie kann man sich zehn Jahre mit einem Dokumentenmanagementsystem beschäftigen? Ich sage mal so, wir haben jetzt zehn Jahre rum, wir sind immer noch nicht fertig. Herr Hörnemann, wir haben bestimmt noch ein paar Ideen, die wir umsetzen können, bevor wir irgendwann mal vielleicht fertig sind. Ich habe das mal versucht, so ein bisschen auf die Schiene zu bringen, wie wir damit gestartet sind. 2010 haben wir mal ursprünglich die ersten Kontakte, da war ich ja noch nicht da, mit dem überhaupt zum Thema Zeugnisverwaltung. Das ist ein Thema aus dem Stahlbereich, will ich auch jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, was eine Entwicklung mit sich führte, wo wir dann das D3-System eingesetzt haben und eine Zeugnisverwaltung benutzt haben. 2013, als ich zu dem Unternehmen gestoßen bin, kam natürlich das Thema Dokumente auf den Tisch. Und bevor ich nachher zu den Beispielen komme, sieht man auch, warum das Thema für mich so wichtig war. Ich kam eigentlich aus einem recht modernen, strukturierten Unternehmen, die schon papierlos größtenteils gearbeitet haben. Dann kam ich zu Knauf Interfair. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel Papier gesehen. So, und dann habe ich gefragt, ich sage, wie sieht es denn aus mit Digitalisierung? Wie sieht es denn aus mit digitalen Dokumenten? Wie sieht es denn aus mit Automatisierung, mit Workflows und so weiter und so fort? Mich hat man nur angeguckt nach dem Motto, was will der denn von mir? Also mich hat keiner verstanden, ist auch vollkommen in Ordnung. Was mich dann noch viel mehr gewundert hat, dass wir ein System hatten, was wir aber gar nicht benutzt haben. So, und dann haben wir angefangen, das sukzessive in den Jahren auszubauen, haben in 2013 dann ein vollwertiges ECM-System daraus gemacht. Wir haben begonnen, eine E-Mail-Archivierung einzuführen, eine elektronische Eingangsrechnungsverarbeitung einzuführen, alles Step-by-Step. Vertragsmanagement, den Cloud Storage sind wir angegangen im Jahre 2018. Die digitale Personalakte, wo wir jetzt akut dran sind, ich glaube, nächste Woche Montag beginnen wir, das Projekt dann weiterzuführen beziehungsweise zu vollenden, um dann auch dort im Bereich des Personalwesens völlig automatisiert Dokumente zu verteilen, Gehaltsabrechnungen zu verteilen, die ganzen Papiere, die wir haben, dann halt wirklich digital abzulegen. Das ist ein ganz, ganz großes Thema, wo wir uns gerade noch darüber unterhalten haben, und zwar die KNAUF Interfair zieht um. So, und jetzt haben wir das wunderbare Problem, das wir zweimal umziehen müssen, und zwar einmal intern und einmal dann in das neue Office, was wir beziehen werden. Welche Abteilung betrifft es? Personalabteilung. Wer hat die meisten Akten? Personalabteilung. Was müssen wir tragen? Personalakten. Das ist halt das große Thema, warum es wichtig ist, so etwas zu tun. Aber auch, um auf das ursprüngliche Thema zu kommen, warum ich heute hier bin, ist genau das ist das große Problem. Heute noch auch eine Personalabteilung oder eine Finanzbuchabteilung oder ein Controlling davon zu überzeugen, warum es so wichtig ist, ein Dokument zu digitalisieren und was der Vorteil davon ist. Jetzt merkt man das. Die Personalakte ist ein langes Thema gewesen. Jetzt merkt man, warum es ein Vorteil gewesen wäre, wenn wir das Ganze schon vor einem Jahr oder anderthalb Jahren gemacht hätten, dann hätten wir jetzt nicht zweimal packen müssen. Okay, können wir machen. Jetzt haben wir das durch. Jetzt wird alles digitalisiert. Wir werden auch die Altakten digitalisieren. Manchmal muss man die Leute zu ihrem Glück zwingen. Ja, zehn Jahre Projektlaufzeit bedeutet für mich, deswegen habe ich dieses Thema gewählt, dass Ihnen kurz dazu berichten, dass bei KNAUF Interfair das Thema nicht die Technik war. Es war nicht das System, es war nicht die Definition des Prozesses, es war nicht die Definition des Workflows oder Sonstiges, sondern es war den Menschen und seine Gewohnheit mitzunehmen. Ich werde Ihnen ein paar Beispiele zeigen. Das ist wirklich Wahnsinn, was wir erlebt haben und mit welchen Problemen wir zu kämpfen hatten. Ich nehme mal ein Beispiel aus dem Standort Dortmund. Das ist also ein Bild aus dem Standort Dortmund. Ich bin nach Dortmund gekommen und habe dort Gespräche geführt und habe dann unter anderem auch mit einer Dame gesprochen, die für das Büromaterial zuständig war. Jetzt denkt sich jeder, was hat die denn damit zu tun? Ganz einfach, die besorgt Papier. Und dann gab es in Dortmund an dem Standort gab es 50 Verwaltungsmitarbeiter und diese 50 Verwaltungsmitarbeiter haben am Standort Dortmund 2 Millionen Blatt Papier verbraten pro Jahr. 2 Millionen Blatt Papier. Dann habe ich hinterfragt, warum braucht man 2 Millionen Blatt Papier? Dann war folgende Situation. Es gab ein riesengroßes Büro. Da saßen roundabout 24, 26 Vertriebsmitarbeiter. Dann gab es einen Raum daneben, einen kleineren. Da waren die Drucker. Ich glaube 8 Stück. Und Faxgeräte standen auf den Tischen. Schön in der Mitte immer zwischen zwei Vertrieblern das Faxgerät. Und dann gab es am Eingang noch ein kleines Büro, wo der Vertriebsleiter drin saß. So und dann habe ich mich da mal hingestellt und habe mir mal so die Arbeit angeschaut. Und dann war es tatsächlich so, dass der Kunde ein Fax schickte mit einer Preisanfrage. So und dieses Fax wurde genommen. Dann hat der Vertriebler mit einem blauen Stift einen Preis dort drauf geschrieben, hat das ins Fax gelegt und hat das zum Vertriebsleiter gefaxt. Der saß 10 Meter weiter. Der hat das Blatt Papier genommen, hat mit einem roten Stift gesagt, der Preis ist in Ordnung, hat okay dahinter geschrieben, hat das genommen, hat das zum Vertriebler zurückgefaxt. Und der hat gesagt, ich unterschreibe das mit seinem blauen Stift und ab ging die Post zum Kunden zurück. Das war der Prozess. Der funktioniert. Die haben verkauft. Und nicht schlecht. Aber die haben auch automatisch für jede einzelne Seite fünf Seiten Papier produziert, weil es ja immer aus dem Faxgerät kam. Mal Toner für Faxgeräte und alles mal beiseite. Der Prozess hat funktioniert. Ja, aber wir wollten ihn digitalisieren, weil er völlig unwirtschaftlich ist. So und jetzt kommen sie als meine Person nach Dortmund, sind alteingesessene Vertriebsmitarbeiter, die auch erfolgreich waren. Das muss man wirklich sagen. Und die sagen dann einfach nur, ich brauche nur einen Fax und blauen und roten Kugelschreiber. Ich brauche keinen PC. Ich brauche kein DMS-System. Ich brauche nicht digitalisieren. Das sind alles Fremdworte für mich. Brauche ich nicht. Das ist ein riesengroßes Thema. Und das ist genau das Problem. Sie können eine tolle technische Lösung produzieren. Aber wenn Sie die Leute nicht mitnehmen, dann schaffen Sie das nicht. Wie haben wir das gemacht am Standort Dortmund? Am Standort Dortmund haben wir eigentlich nichts anderes gemacht, als dass ein Juniorverkäufer ganz heiß da hinterher war. Und den habe ich mir geschnappt. Mit dem haben wir dann das Ganze digital in ein DMS überführt. Und der hat dann eigentlich sukzessive die ganzen Kollegen dahin gebracht, selber die Faxgeräte abzubauen und das Ganze zu digitalisieren. Also es war eine gute Geschichte und wir haben den Papierverbrauch in Dortmund rapide gesenkt. Ein weiteres Thema an einem anderen Standort, in dem Falle war es der Standort in Förde, war, dass es ganz, ganz viele papiergebundene Prozesse gab, wo bestimmte Mitarbeiter ihre Tätigkeiten dokumentieren. Das heißt also, der Vertriebler schreibt einen Auftrag, der Auftrag muss kommissioniert werden, der Kommissionierer macht eine Notiz, dann geht es zu dem nächsten, zu dem Lagermitarbeiter oder zu dem Verlader oder was auch immer, sind unterschiedliche Punkte und die wurden alle entsprechend abgezeichnet und dokumentiert. Dadurch ist auch am Standort Förde immenses Papier entstanden. Das war aber nicht das Problem, dass man das schon immer so gemacht hat. Da kam ein zusätzliches Problem. Und zwar der Mitarbeiter, der Kommissionierer oder der Lagermitarbeiter oder auch der Vertriebler, hatten eine Kopie des Bürobeleges. Warum hatten die eine Kopie des Bürobeleges? Um sich abzusichern. Um nachzuweisen, hier, wenn mal was schief gelaufen ist, ich habe das richtig gemacht. Ich habe das hier dokumentiert, ich habe das abgezeichnet, das war das Thema, was ich bearbeitet habe. Und mir kann man nichts, also eine Sorge der Mitarbeiter, dass sie irgendwie ein Dokument haben, um das später nachzuweisen. Und das war ein Riesenthema und das können Sie auch nicht durch das beste DMS-System der Welt absichern, sondern da müssen Sie den Leuten die Sicherheit geben, dass das, was sie elektronisch tun, ungefähr genauso ist wie das, was sie manuell tun. Und zwar, ob die jetzt auf dem Bürobeleg eine abzeichnen und sagen, okay, so und so habe ich das gemacht. Oder ob sie hingehen und sagen, ich habe ein elektronisches Protokoll, das kann ich jederzeit nachweisen und nehmen die Leute damit mit. Das ist Kleinstarbeit, Überzeugungsarbeit, das ist auch eine Generationsarbeit. Es sind viele Mitarbeiter der älteren Generation, die dafür länger brauchen, das Vertrauen in solche Themen zu haben. Aber es ist möglich und man kann die Leute überzeugen, das zu tun. Ein weiterer Punkt ist, was sogar in Essen, also an dem Standort, wo ich sitze, unsere Konzernzentrale sitzt, ein Riesenthema ist, was ein Änderungsprozess ist, wo ich selber gedacht habe, dass der gar nicht so schwierig ist, weil ich dort am ehesten das Verständnis erhofft hatte für Vereinfachungen, für Veränderungen. Wenn Sie heute noch nach Essen kommen, sehen Sie einen wahnsinnigen Wust an Papier. Wir haben Hallen voll Papier. Wenn wir nicht so viel Bürofläche hätten, dann hätten wir ein echtes Thema. Warum? Weil wir halt immer wieder versucht haben oder es wurde in der Vergangenheit immer wieder gesagt, nein, das ist noch zu früh, nein, das können wir noch nicht. Es war keine Überzeugungsarbeit da. Die Menschen hatten kein Vertrauen in dieses System. So und hier sind wir hingegangen. Ich habe mal so ein Beleg genommen, so ein klassisches Invoice-Beleg. Also das ist wirklich ein Invoice, der ausgedruckt worden ist. Da musste ein Stempel hergestellt werden, wo oben noch ein E-Invoice Originalstempel drauf ist, damit dann auch das akzeptiert worden ist. So und dann sehen Sie unheimlich viele handschriftliche Notizen dort drauf. Teilweise sind die Beträge noch abgehakt und so weiter und so fort. So und hier war es sehr, sehr gut, einfach mal hinzugehen. Ich bin auch im Unternehmen dafür bekannt, manchmal gerne der zu sein, der sich unbeliebt macht mit solchen Themen. Wir haben es einfach eingeführt. Wir haben die elektronische Rechnungsverarbeitung einfach eingeführt. So, wir haben gesagt, so das wird jetzt gemacht. Die Knauf Interfair SE, die Muttergesellschaft in Essen, ist die Gesellschaft, die als erstes elektronische Rechnungsverarbeitung macht. So, ich hätte am liebsten meine Tür abgeschlossen, weil ich heute bombardiert worden bin. Teilweise stand ich kurz davor, mit Ordnern beworfen zu werden, aber die waren ja Gott sei Dank leer. So, auf jeden Fall, ich habe wirklich Fragen gestellt bekommen bei den Tests. Wo mache ich denn meinen Haken? Da ging es wirklich darum, da haben wir eine Dreiviertelstunde mit den Kolleginnen und Kollegen diskutiert, wo mache ich meinen Haken hinter den Preis? Das war ein Thema. So, dann, ich hätte jetzt natürlich zu dem Herrn Hörnemann gehen können, hätte sagen können, wir müssen da so einen Haken reinprogrammieren. Da müssen Sie Überzeugungsarbeit leisten. Da müssen Sie wirklich in kleinsten Schritten und in vielen Diskussionen und in vielen Meetings müssen Sie hingehen und sagen, pass auf Leute, den Haken gibt es halt einfach nicht mehr. Und auch solche Sachen, wie zum Beispiel, ich habe eine Rechnung zu Ihnen geschickt, die müssen Sie jetzt bitte zerreißen. Eine elektronische Rechnung zerreißen wäre vielleicht nochmal so ein Feature, da können wir nochmal drüber nachdenken, ob wir das noch einbauen, so einen Zerreißbutton in der Software zu machen, damit die Leute wirklich das Feeling noch haben. Das sind die Probleme, die die Anwender haben. Die können Sie technisch nicht lösen. Sie müssen die mitnehmen. Sie müssen sagen, okay, dann gehst du da drauf und sagst löschen, dann ist das Dokument gelöscht. Und löschen ist ungefähr wie zerreißen. Sie könnten sogar noch hingehen und akustisch noch so eine Zerreiß-Wave-Datei einspielen. Aber das sind die Themen, die wirklich die Anwender und die Leute beschäftigen. Dann eine ganz interessante Geschichte war, dass wir in den vergangenen Jahren auch natürlich einen Personalwechsel hatten. Da sind jüngere Leute dazugekommen, wo sie dann auch gedacht haben, okay, jüngere Leute, die sind ja eher digital unterwegs. Die machen vielleicht auch zu Hause schon irgendwelche Dinge, wo man halt digital was tut. Ja, Bustelkuchen. Das ist ein Auszug eines Vertrages, den ich gemeinsam mit meinem Chef bearbeitet habe, den wir in Word bekommen haben und kommentieren sollten. So, was soll ich da tun? Ich kann es abschreiben, ich könnte es abschreiben, aber ich konnte es gar nicht lesen. Das ist aber nicht nur bei mir so. Das ist bei ganz, ganz vielen Unternehmen so. Wenn ich mich mit Kollegen auf irgendwelchen Seminaren oder Kongressen unterhalte, das Thema ist immer, dass wir sowas nur machen können, indem wir es vorleben. Und zwar immer, deswegen habe ich das hier mal so salopp formuliert, wenn oben nicht mitmacht, kann unten nicht funktionieren. Wir können von den Mitarbeitern Digitalisierung nicht erwarten, wir können nicht erwarten, dass Mitarbeiter sich in digitale Felder begeben, um irgendwas zu tun, um irgendwas zu verändern, also den Änderungsprozess durchzuführen, wenn wir oben nicht mitmachen. Und das ist halt ein ganz großes Thema. Hallo Herr Schneider, Anbar, meine Kommentare, Grußvorstand. Funktioniert nicht. Gilt aber jetzt nur, ist ein Beispiel, fand ich ganz witzig. Mein Vorstand wird das wahrscheinlich nicht witzig finden, aber ich hoffe, er kann auch darüber lachen. Es ist definitiv so. Es ist passiert und das ist der Anfang vom Ende der Digitalisierung. Nur dann, wenn wir alle hingehen und diese Funktionen, die wir drumherum haben, das liegt nicht an einem einzelnen System, das liegt an dem Arbeitsgerät, was wir vor uns haben, ein elektronisches Arbeitsgerät, was wir vor uns haben. Das müssen wir nutzen, um am Ende alle davon zu überzeugen. Und wenn Sie selber den Tisch voll Papier haben als Vorgesetzter, können Sie von Ihrem Mitarbeiter nicht erwarten, dass der kein Papier auf dem Tisch hat. Funktioniert nicht. Deswegen immer das Motto oder beziehungsweise die Auswahl meines Vortrages zu sagen, menschlich. Wir müssen über die menschliche Schiene dahin gehen, um das dann technisch umzusetzen. Das ist nicht immer machbar. Sie können nicht alle menschlichen Anforderungen technisch umsetzen. Das funktioniert nicht immer. Aber in den meisten Fällen geht es, indem man einfach die Sorgen der Menschen sich anhört und versucht, durch technische Cookies oder durch sukzessive Einführung von technischen Features das Ganze den Anwendern leichter zu machen. Wir haben es dann auch geschafft, nach einer immensen Projektlaufzeit von zehn Jahren überwiegend die Dokumente digital zu haben. Wir haben es auch geschafft, den Vorstand digital zu bekommen. Man weiß jetzt auch, dass man Freigabeprozesse übers Mobiltelefon machen kann. Man weiß, dass man die elektronische Rechnungsverarbeitung die Rechnung auch mobil freigeben kann. Also die Ausrede, ich war eine Woche geschäftlich unterwegs, zählt dann nicht mehr. Das funktioniert, das geht, das läuft. Die Leute haben es genommen, die Leute haben es verstanden und allesamt haben wir dazu beigetragen, dass das von dem Kollegen vorhin schon erwähnte Papier weniger geworden ist. Und dann durch natürlich dann auch entsprechend wir der Umwelt was Gutes tun. Ich habe mal so ein bisschen ein Fazit gezogen aus drei Blickwinkeln. Und zwar, es gibt ja immer, wenn Sie solche Projekte machen, gerade wo ein Änderungsprozess in der Arbeitsweise da ist, ist es ja immer schwierig, die Leute zu überzeugen. So, dann habe ich mal so nachgefragt Leute, die ich überzeugt habe, die aber völlig unkritisch damit umgegangen sind. Denen war das eigentlich egal. Die haben immer gesagt, ja, wenn ihr meint, das ist richtig, dann ist das so. Denen habe ich gefragt, hör mal, was hat dich davon überzeugt oder warum bist du jetzt überzeugt, dass das der richtige Weg war? So, er hat mir dann selber gesagt, dass es für ihn persönlich viel, viel einfacher ist, mit Dokumenten zu handeln. Man braucht nicht mehr suchen, man braucht die Ordner nicht mehr handeln, man macht es elektronisch. Man kann auch Altdaten suchen, gerade wenn es mal um eine Reklamation geht oder so, die ein bisschen her ist. Dann kann es natürlich sein, dass das Ganze etwas länger dauert, indem man dann in den Keller muss oder sonstige Sachen braucht man nicht mehr. Da gibt es halt alles einfach am PC. Eben das schnelle Finden, automatisch erinnert werden an bestimmte Dinge, wenn es zum Beispiel um das Thema Vertragsmanagement geht. Viele Kündigungszeiten sind halt einfach jetzt eingehalten worden, weil man halt einfach daran erinnert wird vom System. Bitte hier, der und der Vertrag läuft aus, soll der verlängert werden oder kann der gekündigt werden? Und natürlich auch, es war einer derer, die das eher am Anfang skeptisch gesehen haben, das Ganze mobil zu machen. So, und wann setzen wir das nächste um? Wenn die Frage dann dieser Leute kommt, ist es natürlich gigantisch. Kommen wir noch kurz zu den Kritikern oder Fazit eines Kritikers. Er hat sich lange gebraucht, dass wir ihn überzeugt haben. Er hat es aber verstanden mit der Zeit und auch ihm ist es wichtig, dass er seine Belege findet, dass er das nachverfolgen kann und so weiter und so fort. Und bei ihm fand ich es ganz witzig, es ist ein älterer Kollege, der in zwei Jahren in Rente geht und der war super davon angetan, dass er sagt, schade, dass ich so lange mit Papier gearbeitet habe und jetzt nur noch die zwei Jahre bis zur Rente mit dem System arbeiten kann. Von mir möchte ich nur zum Schluss sagen, wenn Sie ein solches System einführen, dann müssen die Anwender mitmachen. Die müssen nicht nur mitgeholt werden, sondern die müssen mitmachen. Sie müssen die mit einbeziehen in die Meetings rein. Sie müssen sich aus jedem Fachbereich, also das ist mein Tipp, aus jedem Fachbereich jemanden holen, der das unterstützt und der dafür da ist, auch das in die anderen Bereiche reinzutragen. Also wir sind aktuell 16 Mitarbeiter, da können Sie nicht alle einladen, aber Sie müssen halt sich die richtigen Leute raussuchen, um die Überzeuger im Unternehmen zu haben. Sie müssen den Veränderungsprozess steuern mit dem System, manchmal mit Gewalt, das sage ich auch ganz klar. Es gibt bestimmte Themen, die können Sie nur einfach drauf loslegen und auch weiterhin müssen Sie bei solchen Themen, wo Sie einfach sagen, wir führen jetzt ein System ein und ab morgen wird das so gemacht, müssen Sie der böse Veränderer der IT sein. Das soweit meine Idee dahinter, es mal ein bisschen über die menschliche Schiene zu gehen und zu berücksichtigen, dass der Anwender und der Mensch, dessen Arbeitsplatz wir digital verändern, immer mitgenommen werden muss, überzeugt werden muss. Und dann klappt es auch mit dem System und dann klappt es auch mit der IT und dann haben Sie sicherlich auch in der IT, wir sind ja nicht immer so, die, die so positive Feedbacks kriegen, wir kriegen ja eher mehr immer so den Tritt, aber ab und an, wenn es dann funktioniert und Überzeugungsarbeit geleistet worden ist, dann schaffen Sie es auch, ein positives Feedback zu sein und nicht immer nur der böse Veränderer zu sein. Vielen herzlichen Dank. Und ich sage ganz herzlichen Dank Markus Schneider von der KNAUF Interfair SE für den Vortrauen, für die offenen und ehrlichen Worte. Das muss auch mal gesagt werden, weil wir reden immer sehr, sehr viel über Technologien, über Lösungen, über das, was Sie machen können, aber Sie müssen es auch wollen. Und deswegen, es waren auch klare Worte dabei, Herr Schneider, und die müssen auch mal gesagt werden. Und ich glaube, Sie haben da auch vielen anderen IT-Lern aus der Seele gesprochen über die Herausforderungen, die Sie unabhängig von der Einführung der eigentlichen Software haben.